Entschuldigung, du bist mir gerade aufgefallen. Ich finde dich total hübsch. Okay, und jetzt? Ich wollte fragen, ob ich deine Nummer kriege, damit wir uns kennenlernen können. Ganz sicher nicht. Okay, und warum? Weil du kein Kanaka bist vielleicht? Hey Papa, wie ist es? Alles gut bei dir? Na, was hast du so, Mann? Das liegt dir am Herzen. Papa, kannst du mir bitte eine Shisha kaufen? Das ist voll cool. Na, ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Warum denn ich? Weil wir keine Kanaken sind vielleicht. Und jetzt gehen wir in ein Zimmer. Oh, Vater, ey. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Entschuldigung, ich wollte eine Frage, wie lange ich noch warten muss. Es kann ungefähr zwei Stunden dauern, ich habe viel Kunststoff, kannst du da hinsetzen? Ich will meine Aache schneiden. Du kannst dich gerne hinsetzen, das kann dauern. Wie, ich komme von Jonas. Von Jonas? Ja, steh mal bitte auf. Wie? Geh aus, komm. Geh mal weg. Nur spitz dich rein, Habibi. Okay. Ja, Habibi, ich kriege deine Augen. Jalla, grüß mal Jonas von mir. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja, das ist. Sag mal, wieso bist du denn gerade sofort rangekommen? Ja, weil ich Kanake bin und ich komme von Jonas. Ah, krass. Wer ist denn dieser Jonas? Wie, du kennst Jonas nicht? Der ist der größte Kanake aus Deutschland. Nein, ich kenn den nicht. Kannst du mir bitte sagen, wo ich den treffen kam? Ja, an der Kanakenbrücke. Wo denn sonst? Jetzt ziehle einen. Bruh. Hallo Siri. Hallo Luca. Revegiere mich zu der Kanakenbrücke. Die Kanakenbrücke ist links von der Brücke der Brücke. Bruh. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Kann ich nicht wachsen mit uns, Mann? Ja, Habibi. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Verstehst du, was ich meine, Bruder? Entschuldigung. Bist du vielleicht dieser Jonas? Ey, Bruder, redet irgendeiner hier mit mir oder will ich mir das ein? Leck, Leck, Leck. Soll ich jetzt ausrasten oder gleich? Wer redet hier? Leck, ey, lauf mal weiter, bevor ich hier ausdicke. Ich hab eine Bitte an dich. Kannst du mich vielleicht zum Kanaken ausbilden? Leck, lauf mal weiter, bevor ich mir in die Faust beiße. Bitte, bitte, ich brauch das dringend, Jonas. Leck, du bist der Haft mal weiter, bevor ich mir nicht packe. Was kommt mit dir? Leck, Habibi, Cousin, wie geht's dir? Bruh. Wie geht's deine Familie? Schön, dass du da bist. Willkommen in Familie. Bei uns ist alles gut, danke. Ich will nur dringend ein Kanake werden. Leck, kein Problem, Habibi. Wie schnell willst du Kanake werden? Es gibt eine Woche, ein Monat und drei Monate Programm. Ich will so schnell wie möglich Kanake werden. Ah, also willst du Blitzkuss haben, Habibi. Das kostet aber extra, das weißt du nicht? Ist egal, ich bezahle alles, was nötig ist. Okay, Habibi, jetzt verstehen wir uns. Yalla, abo mit. Komm mit. Bleib ruhig und unauffällig. Wir werden uns abhiert. Bruh. Was passiert denn jetzt? Aber mit? Ich bin Shanta. Habibi, alles gut bei dir? Fühlst du dich gut hier bei uns, Habibi? Ja, ja, alles gut, alles gut. Kleiner, Habibi. So, siehst du diese? Bitte schön. Bruh. Was soll das denn hier sein? Lass dich doch da drauf. Du bist doch Almane oder sollen wir dir das later beibringen? Ah, okay, krass. Und das sind die Kanak-Klamotten? Yalla, zieh die Klamotten an, damit du ernst genommen wirst. Habibi. Ah, geil. Okay, okay, okay. Okay, okay. Siehst du diesen Kiosk hier? Komm mal mit. So, komm mal her. Jetzt kommt deine erste Aufgabe. Und die Wesen? Und die Wesen? Den Kiosk, den hast du gerade gesehen, ne? Ja, Bruder. Du gehst rein und holst unser Geld. Der schuldet uns Geld. Aber Jungs, nur wenn ich erstmal die Theorie mache. Lass, ey. Was sagst du für eine Scheiße? Was für eine Theorie? Das kenne ich überhaupt gar nicht. Chill mal, chill mal. Was ist los? Hab ich was falsches gesagt? Sag das Wort Theorie nicht mal. Chill. Okay, okay. Tut mir leid, tut mir leid. Komm wieder runter, Bruder. Komm wieder runter. Hast du gehört? Sag das nie wieder. Sag sowas nicht mal. Wir kennen Theorie nicht, Bruder. Ja, okay. Tut mir leid. Ich sag das Wort Theorie nie wieder. Was sagst du Theorie, Junge? Was sagst du Theorie? Was sagst du Theorie? Was sagst du Theorie? Was sagst du Theorie? Komm mal ein bisschen runter, ja. Tut mir leid, Jungs. Ich sag's nie wieder. Guck mal bitte nicht. Okay, ist okay. Komm runter. Jetzt, Yallah, mach deine Arbeit. Yallah, du! Yo, Kollege. Gib mir das Geld für die Schulden. Was für Geld? Verpiss dich mal von hier. Wer hat dich verarscht? Ich komme von Younes, Mann. Younes? Bro. Habibi, wenn wir nicht sagen, mach das, mach das. Mach das mal. Hast du? Gib mal her, zeig mal her. Warte, warte, warte. Oh, hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Aber warum schuldet ihr euch Geld? Habibi, der hat letzte Woche gut Umsatz gemacht. Ja, okay. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn der gut Umsatz macht? Der Cousin, der schuldet uns jeden Monat Geld. Aber egal. Sowas erklären wir dir später. Yallah, komm. Oh, nichts, ja. Hey, guck mal wieder, komm. Hey, wie geht's denn? Hey, wie geht's denn? Hey, wie geht's denn? Hey, 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 hey. Keiner packt den Jungen an. Der gehört zur Familie. Der gehört zu uns. Wir nehmen euch auseinander. Das ist unser Cousin. Bruder, ich wollte nicht mal. Wollah, wir wollten dich nur grüßen. Lack, Karas, ja. Keiner packt den Jungen an. Hörner, verpisst du euch, bevor ich ausraste. Hast du gesehen? Keiner packt dich an. Wir sind deine Augen. Aber die wollten euch doch nur begrüßen, oder nicht? Lack, Habibi. Keiner will dich begrüßen. Alle wollen dich schlagen hier. Verstehst du mich? Warte mal, warte mal. Siehst du den Typ da dahinter? Der da läuft? Siehst du den? Ja, was ist mit dem? Habibi, der wollte dich vor fünf Tagen schlagen. Lack, wir haben den auseinander genommen. Hey. Niemand packst du an. Hast du verstanden? Das ist unser Cousin. Bruh. Keiner Spastier, Alter. Verstehst du, ich meine, Bruder? Der wollte dich vor fünf Tagen schlagen. Wir haben ihn auseinander genommen. Ja, vor fünf Tagen war ich doch noch gar nicht bei euch. Lack, Habibi. Du warst noch nicht bei uns. Wir sehen alles im Voraus, Bruder. Wir planen unseren Kunden im Voraus. Lack, wir wussten schon vor fünf Tagen, dass du zu uns kommst und dass der dich schlagen wollte. Verstehst du? Taktik, Habibi. Krass, wir könnten sowas machen. Seid ihr wie FBI? Normal, was denkst du? Lack, Habibi. Wir haben FBI geboren. Wo war FBI, als wir auf dem Planeten waren? Lack, wir sind deine Cousins. Wenn du was brauchst, rufst du uns an. Wir sind schneller da als die Polizei. Hast du verstanden? Danke, Cousins. Ich fühl mich viel stärker jetzt. Warte mal, warte mal kurz. Warte. Hallo. Van Damme? Brauchst du Schutz? Kein Problem. Wir kommen. Jalla, mach dein Ding. Aboment, jalla. Lack, was guckt ihr so ihr Scheinwerfer? Hey. 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 Wollt ihr euch wirklich mit mir anlegen? Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Lack mir Scheiß auf, wie du bist. Wartet ab, ich ruf jetzt meine Cousins an. Hol mir doch seinen Cousins. Yo, Cousins, kommt her. Ich hab Stress. Wie lange braucht ihr noch? Bro. Hallo. Hallo. Keine Pisser. Keine Kämpfer. Keine Pisser. Habibi, keiner packt dich an. Keiner. Jo, Habibi, alles gut bei dir? Keiner packt dich an. Wir sind nicht da, Habibi. Habibi, du weißt das. Ja, Cousins. Ich bin schockiert, wie schnell ihr da wart. Habt ihr etwa Superkräfte? Oh Mann, alles eine Frage des Geldes. Bro. Talon, Habibi. Pass auf. Nimm mal diese Karte. Ab jetzt bist du einer von uns. Ab sofort gehörst du zur Familie. Unser Schnurrbart geht von hier bis nach Berlin, Habibi. Egal wo du bist, wir holen dich raus. Ist das meine Pannenhilfe-Karte? Ja, genau. Wir sind international. Wir arbeiten mit Interpol, Habibi. Bro. Danke, Jungs. Ich bin froh, euch zu haben. Habibi, Cousins. Keine Probleme. Warte, Heinz. Jolla, los. Was machst du hier? Denkst du willst du zu Hause oder was spinnst du? Bimbi, ich komm von Yunis Oh, tut mir leid, du kommst von Yunis, dann fühl ich mich wie zu Hause Ist wie dein Lars Ja, normal ist das mein Lars Ja, ja klar, soll ich dir noch einen Kaffee bringen? Nein, nein, ich will zwei Ich bin dir sogar drei, wenn du bist Bro Ey, Puppe, gib mal deine Nummer her, ja? Äh, warum sollte ich? Wera, gib mal deine Nummer, bevor ich dir eine gebe Boah, du bist aber heiß Ja, klar, schreib sie dir auf, die Nummer Warte, äh, hier Ja, gib mich nicht auf Bro Ja, spiel mal Ja, na Wo ist einer? BAM, hier, Habibi Ich meine ich hier, Haywa Ey, was sagst du da? Ja, nimm deine Hand runter Let's go! Bro Habibi Abus Aynak, Wallah Was ist das auf dich? Habibi, so musst du sein, du bist mein Cozain Ja, keiner macht Filme auf mich Ich ersetz euch, aber... Bro Sag mal, ich glaube ich spinne, was machst du denn da? Oh, Shisha rauchen, was denn sonst, Habibi? Also hör mal, das kommt mir aber Kanackisch vor Schimmel deine Lage Wow, diese Shisha, Hayat Bro Normal Cousin, es gibt nichts besseres, die Familie hält zusammen Sag, ich küsse eure Augen Cousins Bro Bro Hahahaha Lack, steht doch da drauf Du bist doch Almani Oder sollen wir dir das essen Nein, nein, nein Sollen wir dir das essen in dem Mund stammeln Hahahaha Hahahaha Ja, Larrue Hahahaha Sehr gut Hahahaha Das soll unser Geld holen Lack, Habibi, mach keine halben Sache, Wallah Ich bin kein Kanaka, was euch wissen möchte. Ich bin kein Kanaka. Gib rechts, links, Kuss. Mach bei mir den hier. Das macht nochmal richtig. Nee, nee, ich bring dir sogar drei. Braa. Jalla, Habib, grüß, Junis. Grüß. Keiner macht Filme auf mich. Jalla, sitz euch, Kebab. Kebab, jalla, sitz euch, Kebab. Jalla, Kebab. 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 Kebab.